... Finale 200 Meter Freistil der Männer. Final 200 Meter Freestyle Male. Wir haben hier folgende Startaufstellung auf der Bahn 1 in 1.56.98, Vorlaufzeit von Neuven Aquatics, Elias Mürs. Auf der Bahn 2 in der Vorlaufzeit von 1.52.39 vom Megaswimteam Lars Bannhove. Und auch wieder dabei auf der Bahn 3 in 1.48.52, Vorlaufzeit vom Potsdamer SV, Joscha Salschow. Auf der nächsten Bahn sehen wir in 1.52.23 vom SV Würzburg, Sören Meisner. Auf der Bahn 5 von Kornigleite, Kornigreichs und Sven Kring in 1.56.70 Matthias Bereth. Und auf der Bahn 6 in 1.57.97 vom Megaswimteam Matthias Lohnes. Der Meeting-Rekord wird gehalten seit dem Jahr 2011, auch schon ein paar Jahre her, vom Liesch Moussant der Follin Zinstermanns mit 1.47.53. Auf der Bahn 8 von 3.61. Noch einen� 그건 mit Stuttgart der Infel, den torchthaken sich. Ja, meine Damen und Herren, hier sind ja ein paar Aktive im Wasser, die nicht das erste Finale schwimmen. Das gilt insbesondere für den gerade führenden auf Bahn 3, Joscha Salchow vom Potsdamer SV. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, er war ja sozusagen hier lange Jahre als SSF-Schwimmer im Wasser. Aber wie es halt das Leben so spielt mit Ausbildung und allem, muss man auch mal einen Ortswechsel in Kauf nehmen. Das mit dem Training alles gut koordiniert bekommen und das hat er in Potsdam, glaube ich, in perfekter Form vorgefunden. Wir schauen mal auf die Zwischenzeit, denn seine Vorlaufzeit lässt darauf hoffen, dass es hier einen neuen Meeting-Rekord geben könnte. Der sechs Jahre alte könnte hier möglicherweise in Gefahr kommen, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, er hat jetzt mal einen Gang rausgenommen. Denn jetzt kommt der Sören Meißner auf der Bahn 4, plötzlich ein bisschen leer. Und auf den letzten 25 Metern muss der Joscha das schon noch kontrolliert nach Hause schwimmen hier. Ja, das tut er auch. Den, ich sage mal, für ihn gemütlichen 1,50-32. Ich habe das Gefühl, der hebt sich noch was auf, für später, Uwe. Aber wir machen hier weiter mit der Siegendung. Und wir ehren die Männer über die gleiche Strecke. 200 Meter Freistil, 200 Meter Freestyle-Mail. Und hier begrüßen wir auf dem sechsten Rang in 1,5706 vom Mega-Swim-Team Matthias Lohnes. Während er sich den Weg zum Sieger-Podest bahnt, rufen wir schon den fünf Platzierten in den Ringen. 1,56-84 von der Konik-Leike, Kurt-Reichsens-Ramp-Ring Matthias Derretz. Ihm folgt auf Platz 4 in 1,56-18 von Neuven-Aquatex, Elias Mois. Und schon sind wir in den Medaillenregnen auf Platz 3 und damit Bronze in 1,55,30 Sekunden vom Mega-Swim-Team Lars Bannhofe. Die Silbermedaille holt sich in 1,50,98 vom SV Würzburg 05, Söhren Meißner. Und die Goldmedaille geht in 1,50,32 Sekunden an den Potsdamer SV an Joscha Salchow. Ja, es ist hier heute wirklich ein Wechsel zwischen Abtrocknen, Siegerehrungen, Schwimmen. Einige der Herren müssen gleich wieder ins Wasser. Deswegen, Uwe, machst du erst mal mit den Damen weiter mit dem nächsten Finallauf. Wir haben noch nicht gemacht. Vielen Dank.